Was besagt eigentlich der Pygmalion-Effekt? Warum es so unfassbar wichtig ist, den Fokus nicht nur auf Defizite und Schwächen zu legen und vieles mehr erfährst du im heutigen Video. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um den Pygmalion-Effekt. Auf dem Erzieherkanal erscheint jede Woche mindestens ein Video rund um Themen des Erzieherberufs. Wenn du also keine weiteren Videos verpassen und den Erzieherkanal unterstützen möchtest, dann lasse doch gerne ein kostenloses Abo da. Du möchtest die Inhalte der Videos vom Erzieherkanal noch einmal in Schriftform zum Nachlesen? Kein Problem, dann schau doch mal auf der Homepage www.erzieherkanal.de vorbei. Da erscheinen nach und nach die Inhalte aus den Videos. Und jetzt viel Spaß beim Video. Der Pygmalion-Effekt beschreibt das psychologische Phänomen, dass die Erwartungshaltung eines Menschen das Handeln beeinflusst. Der Pygmalion-Effekt wurde anhand von Experimenten von Robert Rosenthal beschrieben. Die These des Pygmalion-Effekts lautet, wenn wir bei anderen Menschen bestimmte Verhaltensweisen erwarten, werden wir voraussichtlich selber in einer Art und Weise handeln, die das erwartete Verhalten bei der anderen Person wahrscheinlicher auftreten lässt. Das bedeutet, dass unsere Erwartungshaltung über die Fähigkeit einer anderen Person unser Handeln gegenüber der anderen Person beeinflusst. Durch unsere Erwartungshaltung beeinflussen wir das Selbstbild und die Handlung der anderen Person, wodurch unsere Erwartungshaltung bestätigt wird. Das klingt zuerst einmal sehr theoretisch und kompliziert. Es ist aber eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen. Um das Ganze besser verstehen zu können, schauen wir uns zuerst das klassische Experiment von Rosenthal an. An einer Grundschule wurde Lehrern vorgetäuscht, dass anhand eines neuen wissenschaftlichen Tests, die 20% der Schüler einer Klasse identifiziert werden konnten, die besondere Entwicklungspotenziale haben und innerhalb des nächsten Schuljahres einen starken Entwicklungssprung hinlegen würden. Dadurch wurde bei den Lehrern eine Erwartungshaltung geschaffen. Den Lehrern der Schulklasse wurden also die Namen der Schüler ihrer Klasse genannt. Diese Namen der Schüler wurden aber per Zufall vorab ausgelost. Es gab diesen neuen wissenschaftlichen Test gar nicht. Dieses Verfahren wurde mit mehreren Klassen der Schule durchgeführt. Zu Schuljahresbeginn wurde ein IQ-Test durchgeführt. Dieser wurde nach acht Monaten wiederholt. Innerhalb der acht Monate waren die Lehrer in dem Irrglauben, dass die 20% ihrer Klasse ein besonderes Entwicklungspotenzial aufwiesen. Die Lehrer förderten diese Kinder ganz besonders stark, um das gesamte Potenzial rauszuholen. Das Ergebnis? Nach den acht Monaten schnitten die 20% der Klasse, welche vorab durch Zufall ausgelost wurden, deutlich besser ab als die anderen Kinder der Klasse. So deutlich, dass es kein Zufall mehr sein konnte. Rund die Hälfte der auserwählten Kinder mit besonders hohem Entwicklungspotenzial konnten ihre IQ-Testergebnisse um 20% oder mehr steigern. In dem bekanntesten Experiment konnte also nachgewiesen werden, dass eine vorweggenommene Einschätzung von Schülern durch Lehrer die spätere tatsächliche Leistung der Schüler beeinflusst. Dies funktioniert im negativen und im positiven Sinne. Hatten die Lehrer also eine positive Erwartungshaltung den Schülern gegenüber, dann wirkte sich dies auch positiv auf die Leistung aus. Hatten die Lehrer eine negative Erwartungshaltung den Schülern gegenüber, dann wirkte sich dies negativ auf die Leistung der Schüler aus. Aber auch unabhängig vom Pygmalion-Effekt ist der Erfolg von Schüler und Schülerinnen abhängig von dem Lehrer oder der Lehrerin, besonders von der Erwartungshaltung dieser den Kindern gegenüber. Zu diesem Schluss kommt auch die sogenannte HETI-Studie, welche eine Metastudie zu Einflussfaktoren des Lernerfolgs bei Schüler und Schülerinnen untersucht. So ist die Beziehung zwischen Lehrkraft und Kind einer der entscheidenden Einflussfaktoren auf den Lernerfolg. Dies sollte pädagogischen Fachkräften bewusst sein. Häufig wird nach Defiziten, Schwächen und Fehlern gesucht, diese benannt und dann wird versucht, sie abzubauen. Glaubt man dem Pygmalion-Effekt, dann würde sich ein Fokus auf negativen Punkten auch negativ auf das Selbstbild des Menschen und somit auch negativ auf die Entwicklungspotenziale auswirken. Ein positiver Blick und Hauptfokus auf Stärken würde sich hingegen positiv auf das Selbstbild und somit auch positiv auf die Entwicklung auswirken. Kanntest du den Pygmalion-Effekt? Was hältst du von diesem Phänomen? Und konntest du durch dieses Video etwas lernen? Dann gebe doch gerne einen Daumen nach oben. Oder hat dir etwas gefehlt? Hast du Ergänzungen zu dem Thema? Dann schreibe gerne einen Kommentar. Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen. Klicke hier, um zu dem aktuellsten Video auf dem Erzieherkanal zu gelangen. Lasse hier ein kostenloses Abo da. Für weitere Infos schaue doch mal auf der Homepage www.erzieherkanal.de vorbei. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Simon vom Erzieherkanal